Den ältesten Sagen der Hopi nach wurden die Welt und die Gestirne von zwei Schwestergöttinnen, die eine im Osten, die andere im Westen, erschaffen. Wenn sie sich sehen wollten, reisten sie über einen Regenbogen zueinander, der über dem Urmeer stand. Als erste feste Substanzen erschufen sie durch ihren Atem Muscheln, Perlen und Türkise. Die beiden Schwestern werden auch als eine Göttin, als die Türkisfrau verehrt. Nach Erschaffung der festen Erde und der Menschen erscheinen sie auch als göttliche Dreiheit mit der Großmutter Spinnenfrau, die alles vernetzt, die die Lebensfäden spinnt, die das Schicksal webt, die den Menschen das Feuer und die Webkunst brachte und sie allzeit beschützt. Die gütige Spinnenmutter wird von allen Pueblo-Indianern verehrt. Die bedeutendste männliche Hopi-Gottheit ist Masa, Masa, ein Vegetations- und Todesgott, der den Zyklus des Werdens und Vergehens und Wiederwerdens verkörpert. Die Hopi glauben an Wiedergeburt und neben ihren verschiedenen Gottheiten, zu denen auch das göttliche Maismädchen, die Krähenmutter und die Erdmutter gehören, an ihre Ahnenen und Ahnen, die sie regelmäßig anrufen, um sie um den nötigen Regen zu bitten. Die Hopi leben immer noch, manche Forschenden sagen seit 400 Jahren vor unserer Zeitrechnung, in dem von ihnen vor Urzeiten ausgewählten und nach ihren Erzählungen von göttlichen Mächten zugewiesenen Gebiet. Dem energetischen Zentrum der Welt, die in der Trockenbuschsteppe des Grand Canyon in Arizona liegt. Das Gebiet, von dem aus sie Mutter Erde und die Balance zwischen Natur, Mensch und Universum beschützen und behüten. Die Hopi leben, wie viele bedrohte Kulturen, in sicheren Höhen. Dort, wo seit Urzeiten keine Menschen leben konnten, weil es dort kein Wasser gibt und nur die Hopi die Fähigkeit besaßen, Regen machen zu können. Heutzutage leben dort auf den Tafelbergen noch etwa 7.000 bis 10.000 Menschen, aufgeteilt in etwa 40 Klane. Weitere Tausende leben in den Städten der Weißen. Die Zahlenangaben variieren stark. Auf ihren Bergen leben sie in würfelartigen, verschachtelten, mehrstöckigen Pueblo-Häusern aus Lehmziegeln oder Steinen. Der Eingang befindet sich traditionell auf dem Dach, der über eine einziehbare Leiter betreten wird. Die Winter sind kalt. In den heißen Sommernächten wird auf den Dächern geschlafen. Über ihnen wölbt sich der klarste Sternenhimmel. Die Hopi sind eine sakrale Gesellschaft. Das heißt, sie betrachten alle Dinge um sich herum, Pflanzen, Steine, Berge, Gewässer, als belebt, beseelt. Träume werden sehr ernst genommen. Ihre alltägliche Arbeit, vor allem Landwirtschaft und Handwerk, ist Arbeit und Gebet zugleich. Jeden Tag beginnen sie mit dem Morgengebet, das etwa so geht. Sie warten barfuß, bis die Sonne aufgeht. Dann streichen sie viermal über den Horizont, fangen gleichsam die ersten Sonnenstrahlen mit den Händen ein, ziehen sie zum Mund, um sich von ihnen zu nähren. Viermal wird zur inneren Reinigung tief geatmet, dann werden die Sonnenstrahlen viermal über den ganzen Körper verteilt und schließlich das Gesicht der aufgegangenen Sonne zugewandt, um selbst den Tag über Wärme und Güte zu verbreiten. Die Vier ist für sie eine magische Zahl, so wie die Sieben, Sechzehn und Zwanzig. Nach zwanzig Tagen wird ein Baby erstmals aus dem Haus getragen und rituell der Sonne entgegengehalten. Ihre Gebete sind sehr individuell. Der Kalender der Hupi ist voller jahreszeitlicher Feste und Riten. Sie schaffen es, ihren kargen Böden, ihre Grundnahrungsmittel, Mais, Kürbis und Bohnen, abzutrotzen. Durch bisher von keiner Wissenschaft übertroffenen, intelligenten Bewässerung ihrer Terrassenfelder, indem sie ihre Pflanzen besingen und die Ahnen und die Ahnen und Ahnenen um Regen bitten. Die Vegetations- und Ernteriten werden heute größtenteils von den Männern zelebriert. Diese beten und übernachten oft in den Kivas, runde, unterirdische Tempel, die meist mit Fellen, Pelzen, Malereien, Vorräten und Ritualgegenständen ausgestattet sind. Ein Loch in der Mitte der Kiva symbolisiert den Gang zur Unterwelt, aus der sie nach ihrer Vorstellung als rechtschaffende Überlebende jeweils moralisch verkommener Stämme schon das vierte Mal in eine bessere Welt hinaufgestiegen sind. Sieben Welten insgesamt wurden prophezeit. Die Leiter, die aus der Kiva führt, öffnet symbolisch das Tor zum Himmel, zur Oberwelt. Im Winter halten die Männer ihre Geheimrituale in der Kiva ab. Zu den Festen des Frühlings steigen sie aus der Kiva herauf. Maskiert und verkleidet, auch als Frauen und Göttinnen. Auf dem Platz beschwören sie die Fruchtbarkeit der Erde und der Frauen, indem sie stundenlang rhythmisch auf die Erde stampfen, mit Instrumenten rasseln und nach dem Schlag der Trommel tanzen und singen. Zur Tradition gehören die Katschiner-Tänze und Katschiner-Figuren, die ihre Ahnenen, Geister und Gottheiten symbolisieren. Diese werden den Frauen, den zukünftigen Müttern, als Geschenk übergeben. Berühmt ist auch der Schlangentanz, bei dem die Männer mit lebenden Klapperschlangen im Mund tanzen und um Regen bitten. Die Schlange ist ein weibliches Symbol. Alle lebenszyklischen Feste und Rituale liegen in Frauenhand. Zu den wichtigsten Initiationsriten gehören die der Frauwerdung. Bei den Hopi wählt und wirbt die Frau den Mann, nicht umgekehrt. Female Choice Diese Lebensphase findet, wie jede, Ausdruck in einer entsprechenden Haarfrisur. Die langen Haare der Mädchen, die den Regen symbolisieren, die Haare der jungen, eingeweihten Frau, werden dann zur Schmetterlingsfrisur gebunden. Auch der Schmetterling ist ein weibliches Symbol. So frisiert und wirbt die junge Frau den Mann und ihre zukünftige Schwiegermutter. Sie bringt ihr etwa gemahlenes Maismehl, die Milch der Mutter Erde, und stellt ihre Versorgungsfähigkeiten, ihren Fleiß und ihre Geneigtheit dem Stamm des Mannes gegenüber unter Beweis. Das sind Bräuche, die unter den weiblichen Verwandten stattfinden, denn die Hopi leben im Matriarchat. Die älteste Frau ist die spirituell höchststehende und angesehenste Person. Die wichtigste familiäre Einheit, um die sich alles dreht, ist die Mutter-Kind-Beziehung. Die Kinder gehören immer dem Mutter-Klan an. Was durch den Clan-Namen, einem Totem, etwa der Clan der Schildkröte oder der Clan der Bären, zum Ausdruck kommt. Die weibliche Linie bleibt immer zusammen. An die Mutterhäuser werden Töchterhäuser gebaut. Alle Tanten mütterlicherseits erziehen die Kinder mit und werden auch als Mütter angesprochen. Es erbt die älteste Tochter, das heißt, sie erbt das Verwaltungs- und Verteilungsrecht. Der Ehemann wechselt in den Clan der Ehefrau, nicht umgekehrt. Er gehört weiterhin zuerst seinem Mutter-Klan an, ist ihm gegenüber rituell und in Notzeiten materiell verpflichtet. Er ist die vorrangige männliche Autorität gegenüber den Kindern seiner Schwestern. Die angeheiratete männliche Seite unterhält gegenüber den leiblichen Kindern im Mutter-Klan nur scherzhafte Beziehungen, sogenannte Joking Relationships. Eine Ausnahme spielen die Tanten und die Großmutter väterlicherseits. Die Hochzeitszeremonie, die Mannesseite webt lange an der traditionellen schwarz-weiß-roten Tracht der Braut, ist von untergeordneter Bedeutung. Wichtiger als die Paarverbindung ist die mit der Vermählung gestärkte Verbindung zwischen zwei Clanen. Die Wechselheirat von Söhnen und Töchtern zwischen zwei Clanen ist üblich. Scheidung ist problemlos und kommt öfter vor. Die Frau stellt einfach die Habseligkeiten des Mannes vor ihre Tür, der Mann zieht zurück in den Clan seiner Mutter. Die Kinder wachsen in großer Freiheit auf. Die Jugend ist frei in ihrer Erotik, ohne es zu übertreiben. Allzu begehrliches Verhalten gegenüber einer Frau wird verachtet. Sexuelle Gewalt gegen Frauen ist unbekannt. Matrilinearität, Matrilokalität, spirituelle Bedeutung der Clanmutter, Subsistenzwirtschaft. Reinstes Matriarchat. Das Wort Hopi bedeutet friedlich, freundlich, rechtschaffen. Im Gegensatz zu den kriegerischen Indianerstämmen, etwa die Navajo, die das Hopi-Gebiet umgeben, trifft das zu. Das ehemalige Stammesgebiet der Hopi ist heute zwar verringert, aber immer noch tausende von Quadratkilometern groß. Es ist ein Reservat, aber ein selbstbestimmtes, in dem sie nach ihren eigenen matriarchalen Traditionen leben. Das von den Amerikanern aufgestellte Office for Indian Affairs wird von Hopi-Verwaltern und von Hopi-Polizisten geführt. Kein Hopi-Mann kann Land kaufen. Privatland ist zudem keine Hopi-Kategorie. Bis in die 1930er Jahre versuchten die Amerikaner und viel früher die Spanier, die Hopi zu assimilieren und zu missionieren. Man zwang die Kinder in christliche Schulen, verbot ihnen ihre Sprache, ihre Kleidung und Tradition, steckte die Männer in Gefängnisse und zwang sie zum Arbeits- und Militärdienst. Mit geringen Erfolgen. Als einziger bedeutender und heute schambehafteter kriegerischer Akt unter den Hopis und gegen die Missionare gilt ein Massaker im 17. Jahrhundert, als sich ein Teil der Hopi zur sogenannten Sklavenkirche, dem Christentum, konvertieren ließ. Heute steht noch eine alte Missionskirche, die mit Elektrizität, fließend Wasser, Technik und weißer Bildung lockte, als verlassene Ruine im Tal. Die Hopi lehnten auch jede Summe, die man ihnen für ihr karges Land anbot, ab. Derlei Angebote kamen regelmäßig und mit betrügerischer Absicht. Denn unter der kargen, aber majestätischen Landschaft liegen wertvolle Bodenschätze. Kohle, Gas, Uran. Das gegen ihren Willen im 20. Jahrhundert aus ihrer heiligen Mutter Erde gerissen wird. Zum Verderben aller. Die berühmten Hopi-Prophezeiungen über Kriege und Katastrophen betrachten sie als größtenteils eingetroffen. Die Atombombenabwürfe der Amerikaner auf Japan etwa sagten sie als Katastrophe durch mit Asche gefüllte Kürbisse voraus. Das Uran der amerikanischen Atombomben stammte aus ihrem Gebiet. Das Leben der Hopi ist hart. Sie wollen es nicht bequemer und keine technischen Hilfen. Sie benutzen weiterhin den Grabstock zum Sehen. Die Jagd spielt eine untergeordnete Rolle. Hauptnahrungsmittel sind weiterhin Mais, Kürbis und Bohnen. Sie wollen da nicht weg. Nicht weg vom einfachen Leben. Lieber würden sie sterben, als ihr heiliges Land zu verlassen, erklären sie. Heute, nach einer langen Zeit des passiven Widerstandes, sind die Hopi weitgehend souverän und stehen den USA wie eine friedliche Regierung eines fremden Landes gegenüber. Die Stammeszugehörigkeit entpflichtet heute automatisch vom amerikanischen Militärdienst. Sie sind stolz auf ihre Kultur und ihre Art zu leben, den Hopi-Weg zu gehen. Gleichwohl gibt es auch Hopi-Indigene, die sich der amerikanischen Kultur zugewandt haben und als Entwurzelte zwischen den Kulturen Irrlichtern. Die sogenannten Hopi-Traditionalisten oder die Feindlichen genannt, verachten die sogenannten modernen, progressiven oder Friendlies genannten. Das Alkohol- und Drogenproblem betrifft nur Männer. Freitode kommen vergleichsweise häufig vor. Die traditionellen materichalen Strukturen sind gefährdet und zerfallen teilweise. Der Fortschritt scheint auch auf den Tafelbergen Einzug gehalten zu haben. Es gibt Alten- und Siechenheime, in die Indianerinnen abgeschoben werden können. Manche Forschende betrachten die Hopi als untergehende Kultur. Vielen Dank. Nach wie vor gibt es bei den Hopi keine Oberhäupter oder politischen Verbände, sondern einzig Kultverbände. Touristen, denen einst großzügig Zutritt gewährt wurde, sind heute nur noch unter strengen Auflagen als Zuschauer bei manchen Festen zugelassen. Die Lebensweise der Hopi hat auch international großes Interesse geweckt. Auch wegen ihrer Web-, Töpfer-, Korbflecht- und Schmuckkunst. Sie sind wohl die am besten erforschten Indigenen Amerikas. Zumindest denkt man das. Denn auch die Hopi pflegen keine Schriftsprache. Alles wird mündlich tradiert. Ihre Petroglyphen, ihre in Fels gehauene Geschichte ist vieldeutig. Szenen von Kriegshandlungen gibt es nicht. Ethnologen müssen auf das vertrauen, was Hopi-Männer ihnen erzählen und zeigen. Hopi-Frauen sprechen nicht mit ihnen. Hopi-Männer 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.